ja damit ganz herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren folge watchdogs ich steig jetzt hier einfach mal schnell ein so mit den kopf sind kommen ja ein so fahrzeug verloren ich bin ausgestiegen noch mal zurück ins fahrzeug gehen ok ok einsteigen das darf mein fahrzeug nicht so zerstören ja dann schießt halt los los das muss doch die bullen aufgehalten haben das gibt es ja nicht ich werde bloß gerade ausgefahren ausgefahren aus zu ich kein dinge mehr kommen akku akku nicht noch mal dahin fahren noch mal ein drehung jetzt bin ich schon wieder hier um ja er kommt scheiße es war zu früh wie hinkomme ich den wie hinkomme ich den kopf fahrt einfach mal die straße hier oh shit damit bin ich ja letztes mal den kopf sind gekommen hier auf der straße ich klopfe mal an ich klopfe mal an ja ja klopfe mal an ja ja klopfe mal an kommt ihn mir noch hinterher? ja er kommt mir immer noch hinterher ja er kommt mir immer noch hinterher oh shit tut mir leid oh oh tut mir leid ich bin hier gerade in einer Verfolgungsjagd da kann ich jetzt gerade nicht auf Zivilisten ach oh wird der immer noch werde ich immer noch verfolgt das gibt es nicht kann nicht sein oh an alle dem Verdächtigen wurde einer Streife hinterher geschickt hä ja komm versuch ihn zu kriegen komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon das kann doch nicht so schwer sein oh 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 da bin ich wahrscheinlich gleich nicht mehr verbunden ja, äh nicht mehr verbunden ok ja komm lad nach da ja steig ein steig ein naja, oder? ja, oder? Wart, woher kommen jetzt plötzlich drei? Okay. Gut, warte. Oh, nee. Das gibt's ja nicht. Wie scheiße bin ich eigentlich? Ich versteck mich jetzt hier. Alle? Ich fahr jetzt hier hin. Wart, die wissen, wo ich bin? What the fuck? Ich klopfe mal an. Ich kann nicht stoppen, sondern ich kann mal umdrehen. Ich glaube, bis jetzt ist irgendwie noch kein... ...Polizei-Heli. Ich kann für nichts garantieren. Fahren Sie rechts ran. Hey, darf ich den Mistkerl platt machen? Alle Einheiten, fordere Luftunterstützung an. Verdächtiger auf der Flucht. Was? Verarsch mich nicht. Verdächtiger ist zu Fuß. Haben wir ihn jetzt. Okay, kann ich den irgendwie abfallen? Halt. What, 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 what? Halt. So. Okay, eine Frage. Wie hänge ich denn bitte den Heli ab? Wo ist der? Oh. Polizist getötet. So. Polizist getötet, ja. Ich schieße den auch recht, wenn die mich verfolgen, Mann. An alle. Dem Verdächtigen wurde eine Streife hinterhergeschickt. Boah. 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 Halt. Oder wir werden schießen. Hier spricht die Polizei. Fahren Sie rein. Oh Gott. Was gibt's nicht? Wie scheiße bin ich eigentlich? Was ist, wenn ich einfach nach hinten rausfahre? Und zwar so in der Art. Und mich jetzt hier hinstelle. Und dann mich so. Was wohl wissen? Was? Tun ich was? Ein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Versuch ihn zu drehen. Komm schon, wo bist du? Was? Wo? Steig ein. Oh. Oh. Wir haben ihn. Ich hab Probleme. Scheiß Handy. Wer hat die Polle ausgefahren? Keine Chance, dass er uns entkommt. Er kann nicht weit gekommen sein. Überwählen auf, Leute. Nein. Das ist Zeitverschwendung. Er ist weg. Oh. 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 Oh nein. Oh nein. Ich war doch. Ich war doch. Oh nein. Fucking. Okay. Jetzt weiß ich zumindest mal, dass die Richtung besser ist. So. Komm raus. Ja, ja. 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 Nö, nö, das passt schon so. Halten Sie an! Ich wiederhole! Halten Sie an! Nein! Der Kerl kann wirklich fahren. Wir können kaum mithalten. Ich klopf mal an! Fuck, ein Treffer! So. Verfängt die Paller! Fuck. Stopp! Sofort! Ach, da hinten war das. Halten Sie sofort an! Er hört erst auf, wenn wir ihn zwingen. So ein Tram wie ihn. Fuck, ein Treffer! Er ist zu Fuß unterwegs. Wir haben ihn. Achtung, Füsse! Eins. Ich wollte gerade eben einsteigen, ja? Boah, ganz im Ernst. Ohne Spaß. Ich parke jetzt hier hin. So, genau hier. Und dann verstecke ich mich. Ich muss einsteigen. Oh! Halten Sie sofort an und ergeben Sie sich. Warum? Warum soll ich die Sonne blendet? Ist out! Oh! Fahren Sie sofort ran! Nein, ich fahre nicht sofort ran. Den schnapp ich mehr! Den schnappst... Du schnappst mich nicht! Jetzt habe ich aber schon wieder ein Heli. Oh, die sind ein bisschen weggeflogen. Mann, das gibt's nicht. Komm, das... Das packe ich jetzt. Egal was... Hier spricht die Polizei. Fahren Sie rechts ran! Nö. Ja, schalt mich halt mal aus. So. Oh! Oh, oh! Oh! Aber dein Fahrer habe ich, glaube ich, getötet. Kann das sein? Hör zu, Leute! Ich röme ihn. Bleib dran! So, den hast du mal ausgetrickst. Und dann... Hier die Ampel hacken. Oh, viel zu spät. Versuch ihn zu drehen. Warte, fahr doch! Boah! Halt! Ich hab's erwischt! Äh, äh, äh. Ich entkomme euch. Ich entkomme euch. Egal was ich dafür tue, aber ich entkomme euch. Oh, lol. Da ist noch ein Poli... Äh. Alter! Ich rufe, steh an, rum! Der Richtige hat das Fahrzeug verlassen, wir sind dran. Okay. Wir haben ihn im Auge. Quatsch! Einsteigen! Das glaube ich mir. Ah! Auf die Knie! Halt! Sofort! Oh, das geht ab! Ich muss denen entkommen, ich muss denen entkommen. Oh! Auto! Komm schon, gib Gas. Gib Gas. Gib doch mehr Gas! Okay, nicht mehr verbunden, ist mir jetzt egal. Naja, versuch das. Muss ich hier lang? Am besten halt nicht gegen das Auto. Boah. Oh. Nein. Ich fahr jetzt ganz weit weg. Oh Gott. Oh Gott. Endlich. So, wo muss ich's denn abliefern? Da hinten! Ach du Scheiße. Okay, wir kommen jetzt da hin. So. Okay. Oh! Ganz schlecht. Das ist noch eins. Okay, es geht zurück. Okay, jetzt kann ich hier weiter. Ah, die Ampeln kann ich trotzdem noch hängen, obwohl ich nicht mit dem CTOS verbunden bin. So cool. Oh! 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 Und bloß nicht das Fahrzeug jetzt zerstören. Oh oh. Oh oh, schnell raus hier. Was ist denn jetzt da hinten? Da ist ein Fliegender. Oh shit. Geht. Geht er raus? Okay, okay. Was? Was? Nein, warum? Oh, was ist denn da hinten rum? Ich lege ihn um! Oh, warte, knapp. Oh Gott. Komm schon. Geh zurück! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Pass auf! Die kleine Homos! Die sind da weitergekommen Bist du mich verarschen? Klar, gegen vier Autos Boah, ist doch Money, Alter, ohne Spaß Ist doch scheiße Dann werde ich Dann werde ich es einfach so machen Dass wir uns hier in der nächsten Folge wiedersehen Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch Einen schönen Tag Auch wenn jetzt die Aufnahme richtig scheiße war Da ist gerade eine Taube auf meinem Dach gelandet Das regt mich jetzt auf Und wir waren eigentlich weg Dann habe ich nicht auf das CTOS geachtet Nicht dumm Kopf Mein Gott Ja gut Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Macht was raus Und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss